0, 1, 2, 3, 4 Mal gucken, wie lang Das Wetter, ne? Was? Das Wetter, ne? Was ist denn Wetter? Das Wetter, wenn es warm ist, sagt man immer, man soll viel trinken Wenn es warm ist, sagt man, man soll viel trinken Ja, weil man sonst so dehydriert und so Ich glaube, du musst lauter sprechen, wegen des Windes Wegen die Wind? Na los, frohe wir anfangen Prost Hallo Baukalder, hallo Welt Heute sind wir mal wieder da Der Matze Und der Lutzer, natürlich wie immer hier im Garten Ne, nicht wie immer, heute sind wir im Garten Und wir haben es nicht ganz so heiß wie die letzten Tage Wo es richtig heiß ist, Sommer ist natürlich, Sommerferien sind Deswegen machen wir noch Getränke verzucht Deswegen müssen wir auch noch nachtrinken von letzter Woche Genau, und es war Hitze Da müssen wir, du bist auch so ein bisschen ausgedört gewesen, ja, ne? Und sind viele in den Ferien, wir noch nicht, du warst schon Ich habe Ferien fertig für dieses Jahr fast Ja, ich noch nicht Ich weiß gar nicht, ob das Ferien werden dieses Jahr Ich will mir nachmittags immer im Wald weiter tun Wir hatten Matze hat sich beschwert, habe ich gehört Weil der war nämlich im Supermarkt gewesen und hat gesagt Es gibt überhaupt keinen Lebkuchen Zu dem Getränk hätte es so schönen Lebkuchen gepasst Ja, Fokolei, denn das Männer fehlen Ich warte tagtäglich auf die erste Lieferung Genau, so So, und dann wollen wir uns natürlich nochmal bei der Gemeinde bedanken Wir haben ja nun noch Zusage gekriegt für finanzielle Unterstützung Ja Gereicht, um die Akkus von der Kamera wieder aufzuladen Alle Alle? Wie alle? Alle Akkus Naja, die Akku spinnt hier schon wieder Und deswegen reden wir nochmal ganz kurz über die Waldbrandstufe Oder nach neuestem Duktus heißt es ja Waldbrandgefahrenstufe Ja Ja Ja, aber ich habe bei den Feuerwehren, die sprechen auch von Waldbrandwarnstufen Also das ist jetzt nicht so schlimm Im Moment sind wir bei 1, aber nur weil es geregnet hat Das war heute Morgen und gestern war auch bei 1 7 Liter hat es heute Morgen geregnet pro Quadratmeter Und trotzdem ist der Wald furze trocken Weil es kommt da gar nicht richtig an Wenn 7 Millimeter auf den Quadratmeter kommen, kannst du ja ausrechnen, wie tief das in den Boden reingeht Genau So Und hier haben wir zwei Zettel liegen und komischerweise, fällt mir so auf, steht hier nahezu dasselbe drauf Ja, aber ich kann doch da drüben nicht lesen bei dir Ich muss noch meinen Zettel hier haben Und dann ließ man diese Geschichte mit dem Willi da Wir machen doch die Sendung heute nur wegen dem Willi, weil der Willi schönen Gruß nach Brockwalde, weil der Willi gesagt hat, der findet die Sendung gut und also wir könnten mal wieder was machen Und schade das so lange nicht war Und deswegen geht der Gruß heute an den Sebastian oder auch Willi genannt Inklusive Familie nach Brockwalde und danke nochmal, kommt jetzt aus dem Waldbad Danke nochmal für deine Unterstützung, aber da kommen wir nachher glaube ich nochmal im Allgemeinen zum Thema Waldbad dazu Genau, dann bleiben wir gleich beim Waldbad und ihr hattet wieder einen Kurzschluss gehabt Wir hatten wieder einen Kurzschluss und auch ein ganzes Konzert Was heißt ihr, ich bin ja auch Mitglied im Waldbad, ich war auch da Ja, dann aber hier gucken Ja Ja, wir haben übrigens eine ganz heftige Waldbad-Sendung, werke ich diesmal bei der diesmaligen Sendung Warum grinst du so blöd? Ich bin ein freundlicher Mensch Ja, es ist übrigens so weit, die Band baut auf heute Guck mal Lutze, das ist jetzt hier die Truppe, die baut die Band auf, die nachher spielen Wie heißen die eigentlich? Welche Band spielt denn heute? Ich weiß nicht, wie die heißt Die baut immer noch auf, ne? Wir bauen immer noch auf Wir haben gerade gemerkt, die haben die gleiche Therapiegruppe wie wir, du kannst ja Faxen machen wie du willst Ja, genau Das sehen wir auch so, wir haben hinten Augen, Hühneraugen auch noch Das stimmt Angeblich soll diese Band Kurzschluss heißen, aber die haben echt einen Kurzschluss Die haben irgendwo im Gehirn einen Kurzschluss Die haben richtig Die sind noch einen Zacken stärker als wir Wir sind schon nicht ganz dicht, aber die, die laufen aus Irgendwie Es ist alles wie immer Um 19 Uhr scheint die Sonne Das ist nicht einfach hier Film zu machen für euch, muss ich mal sagen Wir gucken mal, was wir hier noch zusammen babbeln können Bis gleich oder so, da keine Ahnung Bis später Zugriff, Zugriff Das sieht ein bisschen beschissen aus, Herr Scheiber, kannst du mal durchsagen Na, hast du? Läuft! Läuft von oben, ja! Das ist nicht einfach alles da Was mit dem Kurzschluss? Warum? War das gut? Ja, halt so, ja Veranstaltung war gut gewesen Ja Hat sogar geregnet Ja, es regnet immer beim Kurzschluss, beim Aufbau und dann, wenn es beginnt, scheint die Sonne Und dann sagen viele aber schon, auch heute regnet es, da gehe ich nicht raus Na ja, selber schuld Aber schön waren viele Leute da, da gab es genug zu trinken und die Band hat coole Mucke gemacht, vielen Dank Ja Und dann bleiben wir gleich weiter am Waldbad Und, Matze, du hast ja so viele Videos im Waldbad Ja, wir hatten, wir hatten im Winter, hatten wir doch mal, hat der Enrico Ja In Werder mal ein Trainingsvideo gemacht, vom Rettungsturmertraining Und was daraus geworden ist, nämlich den Rettungsturmertraining, seht ihr hier Warte, 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 warte Warte, 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 dann seht ihr nicht hier Ah, ja Du musst ja mal trinken Auf, den Rettungsturmertraining So, jetzt, jetzt Enrico, jetzt bist du dran Enrico, wenn ich mich jetzt so ganz vorsichtig erinnere, war es Winter und du warst in der Schwimmhalle in Werder und hast für einen Rettungsschwimmer geübt Warst du denn da eigentlich daraus geworden? Hab bestanden Herzlichen Glückwunsch von uns erstmal hier War es jetzt schwer? Letzten Endes nicht Es war ein harter Weg, man hat viel trainiert, aber letzten Endes so die Prüfungen, es war zu schaffen, wenn man trainiert Muss man erst so alt werden, wie wir beide, um sowas zu schaffen, oder würden das sogar Jugendliche schaffen? Oh je, die müssten nicht so viel trainieren wie wir Wahrscheinlich, du hast es geschafft, mit ein bisschen Engagement Ja Und bist jetzt auch im aktiven Rettungsschimmer-Einsatz hier am Waldbad Borkheide, richtig? Ja, ich habe schon ein paar Dienste hinter mir, muss ich auch nicht sagen, hat mir auch Spaß gemacht, obwohl der ehentag ganz schön anstrengend war, aber war super Ja, besser als Langeweile, Langeweile ist immer tödlich Ja, muss ja auch ein bisschen Action sein Gut, schön, so, das mal als kleinen Ansporn, auch in der Jugend, also es ist überhaupt kein Problem Was heißt kein Problem, je nachdem, also eigentlich ist es kein Problem, Rettungsschimmer zu machen, wenn man so ein bisschen mit dem Schwimmen fast zu tun hat, dann passt das schon Was tun muss man schon dafür, also geschenkt uns nicht Na denn, wir freuen uns auf weitere Rettungsschimmer Dafür ist übrigens bei uns im Waldbad die Heidi Goldmann zuständig Als-planung at waldbad-borkheide.de Wer Fragen hat zum Thema Rettungsschimmer, hier laufen auch noch Kurse, meldet euch einfach Tschüss von dir Ciao Jo, hat der gut gemacht, oder? Hätte ich ihm nicht zugedrungen, muss ich mal zugeben Na, wenn man was will, schafft man es auch Muss man einmal ackern, oder? Dranbleiben So tief kann ich gar nicht sinken Ja Du musst ja tauchen immer 4 Meter, oder nie? Nein, musst du nicht Ansonsten, ja, Prüfung kann man dann auch jetzt neuerdings bei uns im Waldbad machen Wer hat dann noch Prüfungsteile auch bei der DLRG in Nauden gemacht Ja, also funktioniert auch Ich dachte man muss da 4 Meter tief tauchen oder so Nein, muss man nicht Nicht? Nein, kann man Also je nachdem wie das Bad ist und wie die Prüfungsvorschriften für das jeweilige Bad sind, was man machen kann Wenn zum Beispiel in Brandenburg das Wasser nur 3 Meter tief ist, dann musst du halt nur 3 Meter drauf Aha Glaube ich Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber Mit deinem Zettel So, was haben wir denn noch da stehen? Pferde hattet ihr auch im Waldbad? Ja, Seepferde Seepferde Seepferdchense Also kleine Seepferde Ja Ponys Seeponys Und da haben wir in diesem Jahr auch wieder, dank des Einsatzes von Marcel und von Enrico wieder einen Seepferdchenkurs geschafft oder diesmal gleich zwei Kurse, ein 17 und ein 18 Uhr aus denen dann, ich glaube jetzt im Nachhinein kommt noch ein Seepferdchen dazu aber ich glaube, das haben wir alles im Video Ja Da gibt es alles zweimal 10 Ja, das hab ich das gemacht, also Video ab Mit Sonne sogar Mit Sonne Huhu, ich schon wieder aus dem Waldbad Es ist geschafft, zwei Wochen Seepferdchenkurs hier im Waldbad Road Island Und der Marcel ist sichtlich geschrumpft Nein, da steht noch eine Etage Tiefe auf der Treppe Und ich stehe oben, sonst müsste ich laufend hochgucken beim Reden So ist mir das sehr viel angenehmer Marcel, wir haben neben den acht Seepferdchen, die wir hier im Kurs geschafft haben haben wir auch noch 21 nebenher geschafft Ja, tolle Leistung Von den Kindern Von den Kindern vor allem, aber auch von den ganz vielen Helfern Und auch durch den Einsatz natürlich von dir und Enrico Wir haben jetzt wieder die Chance, besser durchs Wasser zu kommen Ohne direkt runter zu gehen Natürlich müssen die noch ein bisschen weiter üben Aber es ist eine tolle Sache, die ihr auf die Beine gestellt habt Wir geben gerne den Platz dafür her, dass wir hier weiter Seepferdchen machen, produzieren, herstellen, fertig machen könnt Egal wie Ja, tschüss von hier, schönen Dank und bis zum nächsten Mal So, das war das Video Ach Gott, hat der mit dem 3D Drucker Kuchen gemacht oder was? Nein Ja, aber finde ich gut So 3D Drucker finde ich interessant So was muss ich mir mal angucken Man hat immer mal so ein Teilchen, was man mal braucht Wo man sich mal was drucken lassen kann Hält das auch dazu? Aber du weißt ja jetzt, dass du beim Jens mal anfragen kannst Wenn du mal irgend so ein Teil brauchst Ja, theoretisch ja Praktisch verhässig ich das wieder, wenn es so weit ist Fragst du mich einfach Ja, frage ich Ich merke mir das auch nicht Das kriege ich hin So, dann gehen wir nochmal zurück zum Waldbad War ja Repair Café, hatte ja mit dem Waldbad nichts zu tun gehabt Die nächste Veranstaltung, die im Waldbad stattfindet, ist am 13.8. Irgendwie flattern hier deine Weidenzweige vor der Kamera rum Ja, das ist Sommer Guck mal, das ist schön Ab 13.8. Am 13.8. ab 19 Uhr Schlager und Oldinacht die zweite, die wir im Jahr 2019 begonnen hatten Und dann auch direkt weiterführen wollten Irgendwas kam uns dazwischen, dass wir das die letzten zwei Jahre nicht machen konnten Ja, was war das? Ich kann mich nicht erinnern Ich glaube, wir hatten keine Lust Genau, ja Schlagernacht am 13. machst du Disco wieder, oder? Mit Volker Mit Volker Ja, war damals schön Damals hat es geregnet 2019 Wie Sau Aber die 130 Leute, die da waren, die haben dann teilweise auf der Bühne hinter uns gesessen Unterm Zelt getanzt wie wild Also war schon mal ein guter Start damals Kann nur besser werden Schauen wir mal Also, wie gesagt, merkt euch den Termin Wer da nicht im Urlaub ist, da ist ja Schule schon wieder zu entfernen Zu Ende schon wieder, ne? Am 13.8. Ich bin nicht informiert, aber das Ich glaube schon, die geht so bis zum 7. oder so, glaube ich Ja, mal gucken, ich bin nicht ganz Die Lüge Ja, und dann hast du noch ein paar Infos vom Waldbad direkt Also wir haben ja ganz viel Waldbad diesmal, aber es ist klar Es ist ja Sommer Im Winter machen wir dann Hallenbad Nein Waldbad, Öffnungszeiten Zum 1. August Aufgrund der Unterstützung bei der Rettungsschimmer-Ausbildung durch den Willi Danke nochmal Haben wir jetzt eine höhere Anzahl von Rettungsschimmern und werden ein Zweischichtsystem fahren Aber nur von 9 bis 20 Uhr Also um 9 Uhr fängt die erste Rettung schon mal an Und macht eine Schicht und mittendrin sind es dann mal zwei Dann können sie sich auch besser mal um die Mittagszeit abwechseln Und geht dann bis abends 20 Uhr Das ist im Moment so der Plan, den wir vorhaben Ab dem 1. August für drei Wochen Und dann wird es ja schon wieder Man darf gar nicht dran denken Wird es ja Ende August schon wieder so früh dunkel Dass wir dann wieder auf die 11 bis 19 Uhr zurückfallen werden Aber erstmal drei Wochen volles Programm 9 bis 20 Uhr ab dem 1. August Und natürlich bitte weiterhin beachten und auch anderen Leuten sagen Und ein bisschen mit aufpassen in unserem schönen Vereinsbad Denn wir haben eine Hausordnung und wie gesagt Ein Glasflaschen oder generelles Glasverbot bei uns auf dem Gelände Haltet euch bitte dran und informiert auch andere Badegäste Die das nicht wissen Sagt ihnen einfach Bescheid Hier herrscht ein Glasflaschenverbot Glasflaschenverbot Denn die Scherben von heute haben die Kinder ja morgen in den Füßen Und das wollen wir eigentlich nicht Im Moment bitte noch aufpassen Es gibt hier in Borgheide sehr viele Kiefern Und da gibt es auch diesen Kiefernprozessionsspinner Da hat man einige die durchs Bad gelaufen sind Ich habe auch hier noch ein paar Pünktchen auf dem Arm bis hier oben hin Nicht anfassen Dem Rettungsschimmer vor Ort Bescheid sagen Die sammeln die mit einiger Entfernung dann auch ein Und ansonsten Haltet euch bitte bei uns im Waldbad natürlich an unsere Regeln An die Hausordnung Auch die Sprungturm Da ist nur einer oben drauf Und was auch schön wäre Erst baden gehen Danach Sonnencreme auftragen Denn wir haben ein chlorfreies Bad Und unser Naturbad ist da immer ein bisschen empfindlicher Wenn alle erstmal dick und fett Sonnencreme drauf haben Und danach ins Wasser gehen Dann wird die gleich wieder abgespült Kriegt man nicht immer hin Natürlich abduschen Abduschen ist eine ganz tolle Sache Sollte man auch vorher machen Ja das macht sich gut Aus Hygiene und aus Sicherheitsgründen Der Hund ist tot Der Hund? Nein ist er nicht Der Hund liegt uns zu Füßen Genau Und die Rettungsschimmer die vor Ort sind In Rot zu erkennen Die vertreten natürlich das Hausrecht Und vertreten auch die Hausordnung Und wenn die einen Spruch sagen Dann ist der auch ernst zu nehmen Genau Nicht mit denen die Hautkrebs haben Und weil sie so lange in der Sonne liegen haben Die sind ja auch rot Ja Und die anderen vom Vorstand Sie sehen dann grün aus meistens Ja und die Lobster nicht Die sind zu lange in der Sonne gewesen Dein Schuppenfühl quietscht Und meinst da fehlt Öl? An Öl kann es nicht liegen Genau Das sehe ich schon richtig So Was hast du noch vergessen? Da sind wir schon wieder fast durch Ich habe vergessen Ich werde nichts ein Momentan Ach ne warte doch Wir haben doch noch was Wichtiges Da fällt mir was ein Ich werde meinen Beruf wechseln Ich werde Wahrsager Guck mal du kennst hier deine Wetterkugel Finger weg von meiner Wetterkugel Brauch auch nicht mehr So hast du eine Macke oder was? Ja Weil ich habe viel Glück beim nächsten Mal Apropos Das ist Witze Ich habe vor Jahren schon vorher gesagt Mit der Grundschule in Bockheide wird nichts Ja Und jetzt steht es fest Es wird nichts Also eigentlich äußern wir uns hier äußerst selten politisch Weil das einfach immer zu viel Emotionen reinbringt Und natürlich auch wieder von allen Seiten Shitstorm und irgendwas So ist es Aber wo sind wir 30, 32 Jahre nach der Wende? Genau Und wir haben aber auch eine Verantwortung Auch wir haben eine Verantwortung Und der Staat erst recht Und der Staat entzieht sich der Verantwortung Und schiebt es den Bürgern zu Und wenn ich so sehe Also ich habe richtig Also da kommt ganz bitterböser Sarkasmus Ich zitiere mal ganz kurz aus einer Nachricht aus unserer Gemeindeverwaltung und zwar aus einem Teil der Finanzen Da hat jemand geschrieben Was ihr liebe Genossen, also die SPD Derzeit in der Schul- und Kita-Förderung abzieht Ist einfach unverantwortlich Ihr treibt Gemeinden in die Schuldenfalle So ist es Die Gemeinde hat viel Geld ausgegeben Für die Planung Für eine dreizügige Grundschule mit Sporthalle Und die werden wir beide Und zu unseren Lebzeiten nicht mehr erleben Wir haben ja Geld Für alle wichtigen Sachen auf der Welt Aber nicht für unsere eigenen Kinder Und die Kinder hier in Bockheide, Bockwalde und rundherum Dieses Flugding da hier BER Milliarden reingekommt Dann diese andere Tesla-Geschichte Keine Ahnung wie viele Millionen da geflossen sind Ja und für die Rüstung haben wir auch hier noch So und hier die Schulen und die Kinder Und sogar die Familien werden quasi alleingelassen Die kommen Natürlich ziehen sie hierher Und da werden die Bauanträge genehmigt Aber an jedem Bauantrag muss auch ein Budget hängen Was nämlich die Gemeinde Strukturförderung betrifft Weil du kannst hier nicht 100 Kinder reinschieben Und sagen Ja die gehen halt in die kleine Schule Die haben ja Bewegungsraum Eine Turnhalle von 20 mal Was weiß ich 18 mal 8 Meter Da sollen 300 Schüler am Ende Sollen da Sport machen Oder vernünftig geschult werden Na wenn es für die Planung schon an Geld verbrannt wurde Nachhaltig Sollte nachhaltig gebaut werden Und es wird so mit einem Federstrich vom Tisch gewischt Und dann muss ich sagen Die Gemeinde hat sich wirklich Mühe gegeben Also sie haben ja wirklich auch lange geplant Und haben versucht alles mit einzubeziehen Da gibt es ja Vorgaben vom Staat Wie diese Schule zu sein hat Was da drin zu sein hat Das kann so eine kleine Gemeinde von 2000 Einwohnern Überhaupt gar nicht stemmen Das ist überhaupt nicht Nicht mal null möglich Aber sich dann drauf zu verlassen Und das wegzuputzen Jetzt sind eigentlich die Eltern dran Jetzt müssen die Eltern mal aufstehen Und braucht ihr nicht zur Gemeindevertreter-Sitzung gehen Die können ja nichts löten Die haben ihren Teil getan Und das Ding ist gelaufen Da wurde Hundesteuer erhöht Deswegen Da wurde Erhebesatz erhöht Damit Schule gebaut werden kann Ja und nun Jetzt wird überhaupt nichts gebaut Ja da kommt richtig Frust Da kriegt man wie so ein Frosch Hier so eine Blase an der Seite Liebe Landesregierung Liebe Verantwortliche für Schulen etc. Wir laden euch hierher nach Borgheide ein Ja Und ihr werdet den Menschen Eltern und Kindern erklären Warum der Schulneubau Auch die nächsten Jahre nicht kommen wird Kommt vor zu uns Wir laden euch ein Vor die Kamera Mit zu den Leuten zu gehen Und Wahrheit auf den Tisch zu legen Und sagen Warum werden nur Die Großindustrie Projekte gefördert Und die Menschen hier Auf dem Land allein gelassen Und nicht nur erklären Warum keine Schule gebaut wird Sondern was für Alternativen Überhaupt dazu bestehen Was sollen die machen Wo sollen die hin die Kinder Sollen die nach Berlin fahren Oder nach Potsdam Also das will ich mal sehen Sowas ist unmöglich Das ist Zukunft Kinder sind die Zukunft Ne hier nicht mehr Hier ist Geld Kinder kommen an 8. Stelle Ich meine wir brauchen uns ja nicht aufregen Unsere Kinder sind raus aus der Schule An der siebten Stelle war Durchschlagpapier Also ne es ist unmöglich Es ist einfach unfassbar und unmöglich So das war noch das wichtige Thema Was auch uns auf den Nägeln gebrannt hat Darauf stoßen wir allerdings nicht an So Nein das trinken wir uns schön Wie gesagt wir fordern die Verantwortlichen auf Dafür mal Rede und Antwort zu stehen Und zwar vor den Eltern Und den Kindern zu sagen Warum sie keine Schule brauchen Dafür gibt es leider hier kein Versammlungsgebäude Weil wir haben nichts was hier groß genug dafür wäre Dann müsstet ihr euch schon auf den Marktplatz stellen Aber auch das können wir organisieren Wir bauen euch Technik auf Und ein Mikrofon Und ihr erklärt dort vor Ort Warum hier nichts mehr passieren wird So ist es Gut Das war es zu dem Thema Einladung ist für dieses Jahr übrigens Nicht für in 10 Jahren Gut Okay Also weiter am Text Du warst nochmal zwischendurch im Fliegerheim gewesen Da war mal wieder Sundaylunch 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 gewesen Ja Was für tanzen? Ne zuhören Was war denn da für eine Band? Da waren die Da 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 Ach ok die ja Die waren gut Da 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 Er wird älter Man merkt es ja Er fällt ihm auch nicht mehr so schnell ein Aber wir haben immer noch das Glück Dass wir uns später erkennen Denkt nicht tiefer drüber nach Wir gucken Ja Confessional Blues Mit Rolle an der Rundharmonika übrigens Das geht doch Da drinnen Man muss einfach mal irgendwo Blickfrei gerade Achso das geht Ich mag es ja Blickfrei geradeaus Auf den Sommer Auf den Sommer Auf die Ferien Auf euch Das ist natürlich alkoholfreies Bier Genau Und nicht vergessen Wollen wir natürlich zum Abschluss Noch mal darauf hinzuweisen Dass ihr uns gerne Mal ein Like schicken könnt Unter unsere YouTube Videos Und uns abonnieren könnt Und ein Winkewinke Und ein Winkewinke Und ihr dürft uns natürlich auch Unterstützen Und das steht halt auch hier drinnen Über unser Rettelst du schon wieder? Ja Geht nicht anders Wir wollen immer noch neue Technik kaufen Du siehst ja diese Kamera Zeckt hier nun herum Ist die jetzt überhaupt an? Ich weiß es nicht Weil die Verbindung mit dem Handy klappt ja nicht mehr Wir sehen ja das Bild nicht mal mehr Was hier passiert Genau Und vielleicht ist auch nur der Hund drauf Keine Ahnung Jo Wir sind durch Für diesmal wieder Wir sind sowas von durch Mal gucken mal Wenn wir das nächste Mal Wieder eine Aufnahme machen Vielleicht dauert es diesmal Nicht ganz so lange Wir werden mal sehen Ansonsten wünschen wir euch Natürlich noch schöne Ferien Im Sommer habe ich noch So eine Lethargie Ja Wir müssen was tun Wir müssen ja auch noch was tun Hier Da müssen wir was tun Da müssen wir was tun Das Schuppendach noch fertig machen Meine Frau Wenn man Frauen hat Wenn man Frauen hat Hat man immer plötzlich ganz viele Wünsche Von denen man vorher gar nicht wusste Dass man sie hat Seine Frau muss er fertig machen Jo Also wir wünschen euch eine schöne Zeit Bis zum nächsten Mal Wir sagen Tschüss der Warze Und Glückse Und Bye Bye Tschüss Ist das jetzt wirklich schon Schluss? Jetzt ist Schluss Jetzt ist Schluss Jetzt ist Schluss Ich kann doch die Kamera mitnehmen Haben die noch ein halbes Dach von uns? Und dann ist das ganze Dach weg oben So richtig? Alles weg? Nur wegen der Aussicht? Flachdach Nur wegen der Aussicht Weg macht das jetzt aus hier Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Bis zum nächsten Mal.